Wir haben die Platte für die Konstruktion zugeschnitten. Die wir mit der Holzplatte verleimten und abschraubten. Darauf haben wir die Konstruktion geschliffen. Dann haben wir die Kisten für die Stabilität montiert. Wir haben Filz unten dran geklebt, damit wir die Kisten verschieben können. Zum Schluss haben wir die Wand weiss gestrichen. Wir haben die Kisten für die Kisten. Wir haben die Kisten für die Kisten. Wir haben die Kisten für die Kisten. Wir haben die Kisten für die Kisten.